Sura 36 Yassin Offenbart zu Mekka 83 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Yassin Beim vollkommenen Koran Du bist wahrlich einer der Gesandten, der auf einem geraden Weg ist. Dies ist eine Offenbarung des Erhabenen, des Barmherzigen, auf das Du Leute warnst, deren Väter nicht gewarnt worden sind und die daher achtlos sind. Bereits hat sich das Wort gegen die meisten von ihnen als wahr erwiesen, denn sie glauben nicht. Um ihren Hals haben wir Fesseln gelegt, die bis an das Kinn reichen, so dass ihr Haupt hochgezwängt ist, und wir haben vor ihnen einen Wall errichtet und ebenso hinter ihnen einen Wall errichtet. Und wir haben sie verhüllt, so dass sie nicht sehen können. Und ihnen ist es gleich, ob Du sie warnst oder ob Du sie nicht warnst. Sie werden nicht glauben. Du vermagst nur den zu warnen, der die Ermahnung befolgt und den Al-Abama im Verborgenen fürchtet. Gib ihm darum die frohe Botschaft von Vergebung und einem ehrenvollen Lohn. Wahrlich, wir sind es, die die Toten beleben, und wir schreiben das auf, was sie begehen, zugleich mit dem, was sie zurücklassen, und alle Dinge haben wir in einem deutlichen Buche verzeichnet. Und präge ihnen das Gleichnis von den Leuten der Stadt, als die Abgesandten zu ihr kamen, als wir zwei zu ihnen schickten und sie von ihnen für Lügner gehalten wurden. Da stärkten wir sie durch einen Dritten, und sie sagten, Wir sind zu euch entsandt worden. Jene sagten, Ihr seid nur Menschen wie wir, und der Al-Abama hat nichts herabgesandt. Ihr sprecht nichts als Lügen. Sie sagten, Unser Herr weiß, dass wir wahrlich Abgesandte zu euch sind, und uns obliegt nur die klare Verkündigung. Sie sagten, Wir ahnen Böses von euch, wenn ihr davon nicht ablasst, so werden wir euch gewiss steinigen, und euch wird sicher unsere schmerzliche Strafe treffen. Sie sagten, Euer Unheil liegt bei euch selbst. Liegt es daran, dass ihr ermahnt werdet? Nein, ihr seid Leute, die das Maß überschreiten. Und es kam vom entferntesten Teil der Stadt ein Mann angelaufen. Er sagte, O meine Leute, folgt den Gesandten, folgt denen, die keinen Lohn von euch fordern und die rechtgeleitet sind. Und warum sollte ich nicht dem dienen, der mich erschaffen hat und zu dem ihr zurückgebracht werdet? Soll ich etwa andere außer ihm zu Göttern nehmen? Wenn der Al-Abama mir ein Leid zufügen will, so wird ihre Fürsprache mir nichts nützen, noch können sie mich retten. Dann befände ich mich wahrlich in einem offenkundigen Irrtum. Ich glaube an euren Herrn, darum hört mich an. Da wurde zu ihm gesprochen. Gehe in das Paradies ein. Er sagte, O, wenn doch meine Leute wüssten, wie mein Herr mir vergeben und mich zu einem der Geehrten gemacht hat. Und nach ihm sandten wir gegen seine Leute kein Herr vom Himmel herab, noch pflegten wir eins zu senden. Es war nur ein einziger Schrei, und siehe, sie lagen reglos da. Wehe den Menschen, kein Gesandter kommt zu ihnen, den sie nicht verspotteten. Haben sie nicht gesehen, wie viele Geschlechter wir schon vor ihnen vernichtet haben und dass sie nicht zu ihnen zurückkehren? Jedoch sie alle, allesamt versammelt, werden sicher vor uns gebracht werden. Und ein Zeichen ist ihnen die tote Erde. Wir beleben sie und bringen aus ihr Korn hervor, von dem sie essen. Und wir haben auf ihr Gärten mit Dattelpalmen und Beeren angelegt, und wir ließen Quellen aus ihr entspringen, damit sie von ihren Früchten essen, und ihre Hände schufen sie nicht. Wollen sie da nicht dankbar sein? Preis sei ihm, der die Arten alle paarweise erschaffen hat, von dem, was die Erde sprießen lässt, und von ihnen selber, und von dem, was sie nicht kennen. Und ein Zeichen ist ihnen die Nacht, wir entziehen ihr das Tageslicht, und siehe, sie sind in Finsternis, und die Sonne eilt dem ihr gesetzten Ziel zu. Das ist die Anordnung des Erhabenen, des Allwissenden. Und für den Mond haben wir Stationen bestimmt, bis er wie der alte Dattelrispenstil wiederkehrt. Weder hat die Sonne den Mond einzuholen, noch eilt die Nacht dem Tage voraus, und alle schweben auf einer Umlaufbahn. Und ein Zeichen ist es ihnen, dass wir ihre Nachkommenschaft in dem beladenen Schiff trugen. Und wir schufen ihnen etwas von gleicher Art, worauf sie fahren. Und wenn wir wollten, so könnten wir sie ertrinken lassen, dann würden sie weder Helfer haben, noch könnten sie gerettet werden, außer durch unsere Barmherzigkeit, und zu einem Niesbrauch auf gewisse Zeit. Und wenn zu ihnen gesprochen wird, hütet euch vor dem, was vor euch ist, und was hinter euch ist, auf das ihr Erbarmen finden möget, so beachten sie die Warnung nicht. Und es kommt kein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn zu ihnen, ohne dass sie sich davon abwenden. Und wenn zu ihnen gesprochen wird, spendet von dem, was Allah euch gegeben hat, sagen die Ungläubigen zu den Gläubigen, sollen wir einen speisen, den Allah hätte speisen können, wenn er es gewollt hätte? Ihr befindet euch da zweifellos in einem offenkundigen Irrtum. Und sie sagen, wann wird diese Verheißung in Erfüllung gehen, wenn ihr die Wahrheit sagt? Sie warten nur auf einen einzigen Schrei, der sie erfassen wird, während sie noch streiten. Und sie werden weder imstande sein, ein Vermächtnis zu treffen, noch werden sie zu ihren Angehörigen zurückkehren. Und in den Sur wird gestoßen, und siehe, sie eilen aus ihren Gräbern zu ihrem Herrn hervor. Sie werden sagen, oh wehe uns, wer hat uns von unserer Liegestelle erweckt? Das ist es, was der Al-Abama uns zu verheißen hatte. Und die Gesandten sagten doch die Wahrheit. Es wird nur ein einziger Schrei sein, und siehe, sie werden alle vor uns gebracht werden. Nun, heute wird keine Seele im Geringsten ein Unrecht erleiden, und ihr sollt nur für das entlohnt werden, was ihr zu tun pflegtet. Wahrlich, die Bewohner des Paradieses sind heute beschäftigt und erfreuen sich am Genuss. Sie und ihre Gattinnen liegen im Schatten auf Ruhebetten gestützt. Früchte werden sie darin haben, und sie werden bekommen, was immer sie auch begehren. Frieden, dies ist eine Botschaft von einem sich erbarmenden Herrn. Und es wird gesprochen, sondert euch heute ab, oh ihr Schuldigen. Habe ich euch, ihr Kinder Adams, nicht geboten, nicht Satan zu dienen, denn er ist euer offenkundiger Feind, sondern mir allein zu dienen. Das ist der gerade Weg. Und doch hat er eine große Menge von euch irregeführt. Hattet ihr denn keinen Verstand? Das ist Jehannem, die euch angedroht wurde. Brennt heute in ihr dafür, dass ihr ungläubig wart. Heute versiegeln wir ihre Münder, jedoch ihre Hände werden zu uns sprechen, und ihre Füße werden all das bezeugen, was sie erworben haben. Und hätten wir gewollt, hätten wir ihr Augenlicht auslöschen können, dann würden sie versuchen, möglichst schnell auf den Weg zu kommen. Aber wie hätten sie etwas sehen können? Und hätten wir gewollt, hätten wir sie verwandeln können, wo sie waren, dann wären sie nicht imstande gewesen, vorwärts oder rückwärts zu gehen. Und den, dem wir ein langes Leben geben, setzen wir körperlichen Verfall aus. Wollen sie es denn nicht begreifen? Und wir haben ihnen nicht die Dichtung gelehrt, noch ziemte sie sich für ihn. Dies ist nichts als eine Ermahnung und ein deutlicher Koran. Auf dass er jeden warne, der am Leben ist, und auf dass das Wort gegen die Ungläubigen in Erfüllung gehe. Haben sie nicht gesehen, dass wir von den Dingen, die unsere Hände gemacht haben, für sie das Vieh erschufen, dessen Besitzer sie geworden sind? Und wir haben es ihnen dienstbar gemacht, sodass manche von ihnen zum Reiten dienen und manche Nahrung geben. Und sie haben an ihnen noch anderen Nutzen und auch Trank. Wollen sie also nicht dankbar sein? Und sie haben sich statt Allahs Götter genommen, damit ihnen geholfen würde. Sie vermögen ihnen nicht zu helfen, vielmehr sind sie selbst als eine Herrscher für sie im Einsatz. So lass dich daher von ihrer Rede nicht betrüben. Wir wissen, was sie verbergen und was sie offenkundig tun. Weiß der Mensch denn nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschufen? Und siehe da, er ist ein offenkundiger Widersacher. Und er prägt uns Gleichnisse und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer kann die Gebeine beleben, wenn sie morsch geworden sind? Sprich, er, der sie das erste Mal erschuf, er wird sie beleben, denn er kennt jegliche Schöpfung. Er, der für euch Feuer aus den grünen Bäumen hervorbringt, und siehe, davon habt ihr dann Brennmaterial. Ist er, der die Himmel und die Erde erschuf, nicht imstande, ihresgleichen zu erschaffen? Doch, und er ist der Erschaffer der Allwissende. Wenn er ein Ding will, lautet sein Befehl nur, sei, und es ist. Also gepriesen sei der, in dessen Hand die Herrschaft über alle Dinge ruht und zu dem ihr zurückgebracht werdet.